Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück zu einer weiteren Rocket League mit Basti, Dalu und Yannick. Hi. Und irgendwas müffelt hier. Ist es die Kuh oder ist es doch Basti? Ich weiß nicht genau. Bei Farmstead natürlich. Das war der Wortwiss deswegen. Verschickt ihr? Haha. Wir machen den 3, 2, 1 jetzt. Ich finde das nicht gut, wie mein Teammate Basti gerade gedisst hast. Äh, ja. Basti, fahr du. Ey, Yannick, spielen wir heute auch nochmal zusammen so? Oder? Ja, ich hab mit Dalu auch nicht gespielt. Deswegen hab ich so viel Spaß. Nein. So, Dalu wird geblutet. Leu, was ist das? Lass es! Ich komm da nicht drüber. Einmal noch von dem Ball geschmissen. Ich brauch Boost. Wasti, lass mir den. Oh Gott, das ist doch scheiße hier. Okay. Ah, ein deiner vielleicht? Ja. Oh Gott. Nein. Lass doch, dass du hochfährst. Na, ist gut. Hahaha. Ich wusste, dass er irgendwie sowas machen würde. Ich hab's doch schon im Ansatz gesehen. Das war so mies. Oh, was? Schön. In die Ecke. Ins Leere fahren lassen. Das war's. Ja, ich hab noch abgebremst, weil ich irgendwie sowas dachte. Aber da war dann auch keine Chance mehr. Na, schade. Ich hab den Boost nicht. Ach, komm schon. Boah. Ah. Ah, scheiße. Ja, da kommen sie. Hab ich nicht. Ich hab ihn nur gerammt. Ah, da war ein Dom im Tor. Warum denn? Nein. Konter. Leider kein Boost. Mach mal zusammen. Ah, schade. Noch einmal. Ja, der kommt wieder zurück. Oh Gott. Oh. Egal, so war es die genau. Ja. Ja, und hier du vor. Oh. Connection lost. Oh nein. Das wär ein Tor gewesen gerade. Das war ein Konter. Ich hab den Ball. Ich hab, bei mir war der drin. Wir sind also, hier, jetzt ein Eigentor. Der ist auch schon bei euch. 2-0, Leute. Wir sind mal so fair und fangen nochmal neu an, ja? Würde ich sagen. Ja, bleibt wohl nichts anderes, ne? Da hätten wir uns ja ein Tor lassen können. Ne, ne, nicht verlassen. Wir warten uns, bis die austimen. Oder bist du schon raus? Soll ich auch verlassen? Ja, wir können ja alle lieben. Wir haben schon direkt rausgegangen. Okay, das ist bei mir sowieso rausgegangen gerade. Das war aber so schön. So, fliegt an Basti. Hey. Das Spiel hat einfach entschieden, das Tor von euch war nicht mit rechten Dingen und dass wir nochmal neu anfangen müssen. Ja, genau. Videobeweis. Ich mach dasselbe nochmal gleich. Wart ab. So, okay. Blau oder orange? Ne, wir waren orange. Wir waren orange. Die ältesten zu spät seitdem war auch. Egal. Ich war auch orange. Auf dem Map hier ist blau die Tarnfarbe, Basti. Ist aber egal, ihr spielt gegen die Sonne. Basti, fahr. Okay, hast du dann 1-0 hinbekommen erst mal? Schade. Oh, nicht schade. Nein, nein, nein. Ja, 1-0 hinbekommen. Okay, das haben wir abkarkt. Was als nächstes Dom? Oh, Disconnect. Oh ja. Ich bin schon rausgegangen. Da war ein Disconnect-Zeichen. Naja. Nein. Okay. Ja. Ich wollte mich leider nicht vor den Ball stellen. Jannik. Ja, da. So nicht. Ja, der ist noch. Oh, du Beste. Ich wollte nur auf den Boost. Inzwischen. Nein. Ja, du bist durch. Wo springst du hin? Ja, ich hatte eh keinen Boost. Ich musste springen. So. Da hat er auch keinen Boost. Ich musste spekulieren. Oh, schade. Ja, das ist schön deiner. Ja, und deiner wieder? Ja, war richtig geil gemacht. Ich habe damit nicht so ganz gerechnet. Los, Jannik. Yes. Hast du noch? Nein. Yes. Hättest du nicht kurz noch warten können? Nein. Basti, wo willst du denn hin? Oh. Basti, wo willst du hin? Nein, das darfst du jetzt. Welches Tor? Habe ich nicht. Ich wollte es nicht sagen so früh, sonst wäre er weitergefahren. Ja, danke. Oh. Oh. Ich hatte halt keinen Spielraum mehr. Ich musste irgendwo. Hier wollte ich gleich bremsen. Da hast du mit ihm geklaut. Ich bekomme ihn noch rum. Oh. T-Rex aber mittlerweile out. Ja, ja. Der ist schon voll out. Oh, gut. Da schielen gar mal. Oh. Am Kreis. Oh, das kriege ich nicht. Von hinten, nimmst du? Ja, das ist bei dir in der Ecke. Lass mal. Hey, willst du mich auch noch zerstören oder was? Komm zu dir, Basti. Das ist jetzt scheiße. Das ist jetzt scheiße. Warum bist du so aggressiv, Leute? Moment, du hast doch gerade absichtlich gefahren. Basti und ich haben uns nur in der Luft getroffen. Ja. Ja, das ist scheiße. Hallo. Ich habe Basti wirklich in der Luft getroffen. Ja, das war echt so. Ich habe auch ausgesehen, genau die Tasten wirklich zu zerstören. Und dann wurde ich beim Landen gefoult. Ach. Na, schade. Oh, Basti. Oh, ne. Oh, Gott. Ja. Egal. Nein! Oh, Basti nur liegen lassen, damit du in den Tor stehst. Oh, nein. Oh, nein. Ich habe... Oh, nein. Oh, Basti liegt noch auf dem Rücken. Wie ein Käfer. Los, das in die Mitte. Oh, der war echt schnell. Ja, das sah der mich auszulassen. Nein, war alles gut. Was hat er vor? Nichts. Nichts. Was denn? Der Ball war super. Der kam super auf mich. War von Yannick. War gut am Platz. Ja, ich wollte Dalu nicht den ganzen rumlassen. Ich wollte auch was haben. Aber ich bin der Pass. Ja, ich konnte ja nicht sehen, dass er genau da steht hinter mir. Ja, da spürst du, wenn ich in der Nähe bin. Dein Atem in meinen Nacken, ja. Oh, oh. Nee, Dalu? Ich wollte den Boost haben. Kein Boost? Oh, ist auch nicht. Gerade. Oh, kommt hier irgendwo ein Boost. Gut, Yannick. Wie erwartet. Ich hab bald nichts. Jetzt hab ich Boost. Ja. Ja, ich wollte den da nicht nehmen. Ey, nicht schubsen hier. Ja, passt gut. Weg da. Lass mal. Gelber weg da. Lass mal. Boah. Nicht gut. Hast sie ihn? Komm, 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 nein. Oh, scheiße. Dom, bist du nachtragend? Immer. Ja, ich muss kurz durch, Basti, sorry. Alles gut. Schön. Hast du? Ein, 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 ein. Nicht so ganz, wie ich das mir gewünscht hätte. Beide berühren ihn, aber besser für ihn. Basti, jetzt. Oh, nein. Ich wurde behindert. Oh, nö. Oh, nö. Ist der? Ja. Ich bin weggeschubst worden. Ganz unfair. Tja. Nee, leider nicht mehr. Man sieht nur, wie ich fliege, aber nicht, wie es passiert ist. Ich muss dir halt mal denken, wie viel Frust da drin steckt. Oh. Nicht cool, oder? Ja. Super. Also irgendwie in Richtung der zweiten Hälfte des Spiels gegen die beiden knicken wir immer so ein. Ja, da habe ich aufgegeben. Ja. Mental schon resigniert, toll. Ne, ich knick nicht ein. So. Geht genauso gut wie vorher. Ja, es ist etwas zu süßes oder etwas Schlechtes. Das musst du jetzt wissen. Ich treffe den Ball ja gerade auch nicht so wirklich gut, aber ich hau mal Dom weg. Aber ich hau mal Dom weg. Prioritäten. Ja, ne? Ja, das ist unsere Hälfte, weißt du schon, ne? Alles gut. Ja. 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 Roll doch. Ja. 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 Ich komme nicht mehr daher. Ach, schade. Oh, die Schokolade. Hä, war das jetzt die erste Runde? Die erste Runde. Das war die erste, ja. Jetzt haben wir nochmal eine Chance, dass ich nochmal mit Dom vielleicht spielen darf. Mal gucken. Vielleicht klappt es heute, ja. Im Aquadom. Ja. So, Basti, wer steht mit dem? Ja. Ich bin blau. Gut. Dann machen wir 3, 2, 1, jetzt. Oh. Ja, also. Basti. Nein. Ein Vorteil. Aquadom. Okay. Lässt noch einen schönen Sieg rausholen. So fürs Ende auch schöner Fall. Oh. Kommst schön zu dir? Ja. Spiel nochmal rein? Nee. Okay. Doch. Uh. Ja. Den krieg ich nicht. Warte. Boah, der kann rücken der Ball. Entschuldigung, Basti. Ich hab nicht gesehen, dass die da unterwegs ist. Ja. Wer sagt, dass ich ihn gemacht hätte? Ja, du wolltest ja trotzdem hin. Ah. Nein. Hätte er den nicht getroffen. Uh. Ich stand aber auch genau richtig dafür. Okay. Du bist gerade noch ein bisschen durch. Ja, ja. Ich bin gerade noch ein bisschen durch. Also ich mein mental. Die meinen hier stehst, Basti. Pass auf, der kommt. Ne, passiert nicht. Oh. Ey. Warte, den kann ich noch. Das war ja nicht. Deiner Basti bitte. Ne, ne, ne. Ganz vorsichtig. Den trage ich ins Tor. Kein Stress. Ne, ne. Okay. So. Nein. Okay. Oh, da bin ich gerade nicht. Oh. Oh nein. Habe ich? Ja. Ja, ne, mach's. Nein, leider nicht. Wieso nicht? Wieso nicht? Warte, den nehm ich. Oh, sorry. Alles gut. Da wollte ich gar nicht hin. Schön. Oh. Alles noch gut. Ja. Moment. So. Wir müssen doch selbst nicht was zu machen hier. Ich weiß wirklich nicht, was ich hier gerade mache. Jawoll. Da muss der rein. Und dann so ein Ball, der wieder so da rausgeht. Ne, ne. Ah, schade. Hier, tut's, als hätt' er den nicht absichtlich direkt gespielt. Ich hab den nicht direkt gespielt, weil ich gar nicht konnte. Ja. War schön, aber kam ich nicht dran. Beide springen, die da drauf. Ja, lass die mal. War da was? Ich hab nichts gehört. Gut. Und. Oh. So dran, frech. Oh. Oh. Oh, der ist gut, der ist. Oh, der ist gut, der ist. Nein, 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 nein. Oh, gut. Jawoll! Ah! Wo waren denn die Gegenspieler, hä? Ich hab mich leider gedreht. Wo denn? Ich weiß nicht. Wo war Yannick eigentlich? Ja. Ja, ja. Okay. Von dass ich den hätte haben müssen wir abgesehen. Ja. War du? Ja, ja. Ich hab nicht gesichert, du bist der, der hinten gespawnt ist. Oh Gott. Ja, ich hab grad nichts. Lass, 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 ich mach das noch. Ja, ja. Ja, fast. Nein. Ja, ja. Oh, was titscht denn der so komisch ab? Los, Basti. Oh, Mann. Oh, oh. Ich hab's versaut. Kann ich nicht machen, musst du? Ja. Oh Gott, ne, so nicht. Oh, meine Güte. Dachtest du auch mit der Kämmer, dass du dich darauf verlassen hast, dass ich den jetzt hab? Ja, halt den Dom. Und jetzt Basti zieh ab. Ja. Ne, ne, ist daneben. Aber ja, der kam schon ziemlich am Publikum. Und jetzt raus. Ja. 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 Und jetzt rein. Raus und dann rein. Okay, los. Basti. Wollt euch? Ich weiß ja nicht. Leider keinem Gruß, sonst wär der jetzt echt perfekt der Ball. Oh, schade. Basti hat's versucht. Wolltest du da gerammt oder wie? Ja. War da was? War da was? Wär so ein Basti. Da, guck mal, da flieg ich nämlich. Ah, komm. Eins, zwei, drei haben wir noch Zeit. Eins, zwei, drei. Letzte Chance ist vorbei. Basti. Basti. Mach was dann? Nein, das... Mist. Schön Basti, nein. Nehm ich. Hast du noch? Kein Power da jetzt. Ja, leider zu. Nehm ich. Geh in die Mitte. Okay. Fuck. Au. Komm, komm, komm. Deine Chance. Komm. Gott, wir können mal drehen. In die Ecke das Ding. Schön Basti. Mann, scheiße. Ne, ne, ne. Ist egal. Du machst das gut. Und wieder hoch. Immer hoch. Okay, den kriegst du. Gut. Nein. Ja, nicht. Ja, deine Chance. Ja, aber kein Tor. Mach mal die Chance. Ja. Chance ja, Zeit nein. Schön auf Zeit spielt. Ja, leider. Kriegst du nicht. Aber die kriegt Dalu. Mach ich nochmal. Ist über mir drüber. Bin die Mitte. Oh. Den machst du. Und eins noch. 16 Sekunden. Meine Glocken sind draußen. Die 19 Uhr Glocken? 19 Uhr. Ja, ja. Okay, passt. Jetzt der geheime Trick. Der geheime Trick jetzt. Das Tor, was wir geübt haben letztens. Ja. Hier. Und Tor. Zack. Ist egal. Das ist es. Ich komm da nicht dran, ey. Bin extra offensiv geblieben. Einfach mal eventuell. Ja, aber ich krieg den Ball halt da nicht. Ja, aber ich krieg den Ball halt da nicht. Ich dachte, er bekommt ihn vielleicht nicht. Dann wäre ich durch. Ah. Sieben Sekunden noch, Dom. Ja. Oh, da hat sich das Training ausgezahlt. Das war die Situation. Da mussten wir es aber auch machen. 1, 2, 3, 2, 1. Okay, wird knapp. Uh. Oh. Ja. Ah, ne. Hallo, der Timer war doch. Der hat den Boden gerührt. Da hab ich gesehen. Da. Ja. Ach, schade, Yannick. Egal, wir haben die ersten noch zusammengespielt, wir haben ja auch nicht eingespielt. Ist ja ganz klar. Also, wenn man die letzten Minuten zuerst zusammenspielt, das müssen wir dann machen, ne? Finde ich so, dass die auch nicht zum ersten Mal zusammengespielt haben, aber okay. Ja, Leute, war wieder eine tolle Aufnahmesession. Wir sehen uns bald wieder zu einer weiteren tollen Aufnahmesession. Bis dahin, wir sind da oben da. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Sikowski. Ciao.